So, wieder zurück. Heute Nacht tülte ich dich, Garrett! Stehst du dich? Wie kann ich den Kleinkriegen, ganz ernst? Ich versteh das nicht. Ich könnte dem General eine Lektion nicht schießen. Oder ich verdrück mich lieber. So, nehmen wir mal vier Feuerfalls, das muss irgendwann reichen. Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dieb! Du willst also kämpfen? Ja, so sieht's aus. Und runter. Ach, klar war jetzt. Wie kann er die ganzen Tricks? Versuch! Ich versteh's nicht, ich versteh's wirklich nicht. Ja, teilweise, ja. Die kleine Jagd wird bald vorbei sein! Ja, hoff ich auch irgendwie, irgendwann irgendwo. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen kann, ich versteh's mit dem Ganzen. Irgendwie nicht. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett! Oh, Mann. Gah! Gah! Ich muss erstmal hier hinterbleiben. Schön, jetzt bin ich! Wie kann er mich denn jetzt aus dem Versteck rausholen? Ich weiß, was du... Ich weiß, was du... Schön, jetzt bin ich! Aaaaah! So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist cool. Jetzt haben wir noch zwei Säge zampfeiert. Hier drüben, oder? Wo bist du denn jetzt? Klingelt denn hier die ganze Zeit, Alter? Was? Ja, du hast die Beine hier. Da klingelt dich jetzt zurück. So, sorry für die kleine Unterbrechung. So, jetzt Moon. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Unsere kleine Jagd wird bald vorbei sein. Oh, Taschenspielertricks, Steve, das ist schön. Ja, kleiner. Heute Nacht töte ich dich, Garrett. So, der nächste Kartenspielertricks kommt. Ich weiß, was du vorhast. Meister Dieb, sehr gut sogar. Weißt du das? Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Wo bist du denn jetzt? Da. So, machen wir das jetzt. So, es muss auch reichen jetzt. Komm bitte. Das war dein letzter Fehler. Ach. Geil jetzt. Ja, Mann. Grundsätzlich nur, wenn ich muss. Jawoll. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln. Oder? Gott sei Dank. Boah, ich kann nicht mehr. Neues Sammlerstück. Ein Bernsteinkranz, ein goldener Ring verziert mit zahlreichen Bernsteinen. Wo war ein Wasserfall immerhin? Familie. Nahrung. Gar nichts. Gerzenständer. Wohne nehme ich immer gerne. Naja, jetzt wird er auch wirklich verdient, muss man so sagen. Gar keine Frage. 2 Explosionspfeile. Okay. Sonst hab ich hier nichts übersehen, ne? Achso, ich kann hier nichts mehr mit ihm machen, okay. Ach, jetzt kann ich das Schloss knacken? Ja, wunderbar. Feuer konnte ich nicht. Ja, so, zack. Zack. Ja, komm. Ach, sehr schön. Neue Karte. Fertig, sind wir. Unter 50% eingesammerte Beuteobjekte. Aber ich bin ein Jäger. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheuert, um deine Gegner mit allen Mitteln auszuschalten. Okay, dann fortfahren. Boah, da bin ich erledigt, ne? So, auf geht's. Mit Kapitel gemacht. Aber ich glaube, auch dem letzten Kapitel, wenn mir die Ehre. Sie waren hier, als ich mit dem General zugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nahe sein. Oh, nein. Da liegt doch den Boss. altes goldstück als der general nicht noch schlimm genug gewesen kommen jetzt die kreaturen ich bin nicht allein hier das weiß ich bereits gehört schön dass du mich darauf hinweist das problem ist eliminieren kann ich sie nicht glaube ich weil mir die ausrüstung einfach fehlt ging alles für den guten general drauf wo seid ihr ach ja die können mich erorten ja klar ja da ich ja so dieses ein teil der urkraft im auge habe angeblich können mich erorten weil sie ja sind ja urkraft kreaturen also kann man sagen was machst du denn jetzt bewegst du dich auch mal ok dann regeln wir das auf plan b mal gucken was funktioniert ich habe sonst keine ahnung er wirkt sich anscheinend nicht er hätte sich lieber bewegen sollen antikes gefäß hier war doch noch irgendwas da vorne ist ja hier war doch irgendwas da und weiter geht es ich bin noch nicht allein hier ich bin noch nicht allein hier Leute denk doch mal an meine ausrüstung aber was machen wir jetzt mal ganz langsam slow and steady um zu wissen was ich jetzt hier weiter mache ok ich könnte mal sagen was machst du jetzt oh ja komm zu mir ne das lief jetzt auch nicht nach wunsch ja einer läuft oben rum einer läuft unten das heißt ich hätte noch einen ausschalten sollen es gibt auch keine alternativen hierzu ne er bewegt sich zum beispiel auch jetzt nicht oder feuer fallen sieht schlecht aus das muss sein ich kann ja mal sagen was soll ich machen oh man wie werde ich jetzt die kreaturen los das ist jetzt die nächste frage am besten um sie zu bekämpfen so auch hier geht ja hoch ja klar warte mal so es muss ne alternativen geben es muss wo ich sagen was ich sagen was ich sagen was ich nicht der einzige weg ist muss ich irgendwo noch einen weg nach oben geben oder so hier hoch hier sind wir wieder auf 50 50 geben hoch hinauslaufen es muss doch irgendwie einen anderen weg gehen hier sind wir wieder auf hier sind wir wieder auf das ist hier sind wir wieder auf die kreative hier sind wir wieder auf die kreative bitte jetzt ausgehen, das Feuer ach komm, das kann doch mal verpulbern reicht das jetzt mal bitte, die sehen mich sonst das geht nicht mehr aus, oder was? egal, auf gut Glück was soll ich jetzt machen? oh Mann, wo muss ich denn hin, sag mal hier ist doch irgendwas, da ist Mond so, da bin ich erstmal weg, das ist positiv komm ich denn jetzt hier raus, ist das richtig? ja, ne? ok hier durch nein ah, Schlossknappen ok oh oh nein so, Gerrit, auf wir schließen die Tür ja, sie sind hier nicht willkommen so, weiter geht's boah, das ist ja heute anstrengend das Boot die Götzen waren fleißig noch eine von Uri und Ideen, die nie in See stechen aber die waren echt fleißig, Alter, das hört euch jetzt mal an das ist ja der Hammer, ne? aber schade, dass sie nie in See stechen wird aber hier sind keine Kreaturen mehr, oder? was ist hier schönes? oh, sehr interessant was bringt mir das? ah scheint so aus wie eine Alternative zu sein ach na klar lasst nicht nach, Männer der Kampf war nicht unsere einzige Prüfung nein, wir werden jeden Tag geprüft dann ist deine Arbeit wichtiger denn je ich fühle mich nicht besonders ich fühle mich nicht besonders oh, ein Held aber hier, Hammer nice ich fühle mich nicht besonders was? ich fühle mich gerade auch nicht ach so, da ist keine Tür ich werde krank das spüre ich ja, komm mal hier hin klappt das? Nein, er kommt nicht weit genug. Oh Mann, er kommt nicht weit genug. Oder sagen, wieder weg hier. Nein, komm ich hier nicht weg. Nein, ich komm hier nicht weg. Oh, ich geh grad in der Klemme. Von der Seite kann ich ihn nicht attackieren. Oder? Doch, er sieht mich sofort. Ich hatte sicher. Okay, der Weg ist, glaube ich, scheiße. Ich glaube, der andere Weg ist besser. Falls es einen anderen Weg geben sollte. Ah, okay, dann bin ich jetzt hier, ne? Sehr schön. Er will stehlen, was uns gehört. Lasst niemanden zur Dämmerschein. Hm, okay. Wie weit kommst du, mein Bruder? Oh ja, verdammt, freut. Aber nicht weit genug. Was für ein Licht machen wir noch aus? Es gibt hier so viele. So, und jetzt mal gucken, was wir jetzt machen. Wie weit kommst du jetzt, mein kleiner Bruder? Du kannst mich hier gar nicht sehen. Das ist Blödsinn. Das freut mich für euch. Weil irgendwie ist die Prüfung bei euch schiefgelaufen. Scheint so. Wenn mal eins schon weg ist. Ach, da ist ja was. Ein antiker Armreif. Hammer nice. So, und jetzt? Machen wir wie weiter? Ah, okay, das ist ja noch so ein... Maschinen des Barons waren zum Scheitern, verdammt. So, wie mach ich jetzt weiter? Mal ganz im Ernst, weiß ich jetzt nicht. Wasserfeile, keine mehr. Nahrung habe ich noch eins. Mond vier. Aber eigentlich sieht er mich jetzt hier nicht, ne? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja, das sind sie nicht. Ein Königreich für einen eisen Kaffee. Jawohl. Langsam, langsam, langsam. Die Nacht dauert ewig. Ja, die Nacht dauert ewig. Ja, die Nacht dauert ewig. Ja, die Nacht dauert ewig. Am Wasserfeil habe ich jetzt trotzdem nicht. Wo die Wache ist, ist da irgendwas? Oder ist ja noch was. Auch mal. Ich sehe ein Knockout. Warum soll ich jetzt die Musik aufdrehen? Ich werde krank. Das spüre ich. Ach, die Tür ist zu. Sonst nur ein Trend oder was? Die Stadt gehört uns. Aber wir sind erst am Anfang. Da muss doch irgendwie ein Eingang sein. Ah. Die Stadt gehört uns. Aber wir sind erst am Anfang. Darf ich jetzt hier rein? Sehr schön. Ist da jemand? Sag mal. Deshalb speichere ich mal hier. Oh je, mit Garret irgendwas passiert, was ich nicht will. Ah, hier ist keiner. Okay. Das akzeptiere ich doch mal. Ach, diese Scheiß-Elektro-Lampe. Noch mehr Nahrung, bitte. Danke. Das akzeptiere ich mal hier. Ich bin neuerdings so mündlich. 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 Ich bin neuerdings so mündlich so mündlich. Es läuft doch eigentlich. Die Türen wurden verriegelt. Und wir stehen auf dieser Seite. Mit dem Mann, vor dem Orion flieht. Wird er uns retten oder einfach verlassen? Zweifelsdeutung, hat er nicht alle seine Versprechen gehalten? Alle? Mehr als das. Wir stehen in seiner Schuld. Leben für Leben. Dieser schwarze Kerl wird nicht der letzte sein. So, jetzt werde ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.